Hallo Fastestim-Fans, hier ist Kamil Piotrowski von Fastestim Sounddesign und das ist der Ingo Ruf, die Stimme der Bahn. Hallo! Ja, guten Abend oder wie sage ich es so schön, nächste Station. Richtig, auf der Hamburger S-Bahn sehen wir uns demnächst. Wir haben jetzt viele schöne Aufnahmen aufgenommen für die Strecke. Wie versprochen, hat etwas lange gedauert, dank der Pandemie ging es einfach nicht schneller. Wir hatten keine Plätze im Studio gehabt, es war echt kompliziert und jetzt hat es endlich geklappt. Ja, wird noch einen kleinen Augenblick dauern aus dem einfachen Grunde. Wir müssen die Aufnahmen natürlich erstmal zusammenschneiden und dann müssen die eingesetzt werden in die Szenarien. Und insofern dauert das einen kleinen Augenblick, aber freut euch drauf. Super, wir sagen Tschüss, alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao! Ciao!